Hallo und herzlich willkommen zurück bei Attack of the B-Team. Ja, warum habe ich eigentlich immer beim Anfang der Aufnahme mal dieses komische Flackern? Naja gut, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück bei Attack of the B-Team. Und ich habe mich mal wegen diesen beiden Sachen hier informiert. Also ich weiß schon mal so viel, ich habe hier eigentlich alles richtig gemacht. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist hier unten mehr Kohle reinzupacken. Weil dieses ganze Gerät hier, das braucht nämlich eine gewisse Hitze. Und das sieht man ja hier an Hull Heat, wie heiß das wird. Und wenn das erstmal bei 100% ankommt, dann passiert nämlich folgendes. Und zwar es erzeugt Strom. Und jetzt Running, jetzt rennt das Ganze hier auch schon, also es funktioniert. Und jetzt sieht man hier auch, dass der Blitz allmählich kommt. Ich werde aber mal kurz die Produktion hier abbrechen. Weil sonst wird das nämlich nie irgendwas. Jetzt macht er hier schon 4,67 Kilowatt. So, jetzt ist es aufgeladen. Jetzt kann ich hier mal das Silikon reinpacken. Und ihr seht, es fängt hier oben an und läuft. Und läuft. Ich sollte mir mal das ganze andere Silikon noch holen. Wo auch immer ich das hingepackt habe. Ah, und da war gerade das Zeichen, dass es fertig ist. Da, Galactic Blue Solar Wafer. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich den Rest. Ach, gucke mal. Ich habe doch hier den ganzen Rest auch bei mir in der Tasche gehabt. Allerdings, das Problem an der ganzen Geschichte ist, da gehen immer Diamanten drauf. Aber hey, wir haben so viele Diamanten. Auf die können wir auch mal schön verzichten. So, was brauche ich denn jetzt noch? Redstone. So, jetzt habe ich 10 Kilowatt da drinne. Das kommt da rein. Das hier splitten wir mal auf. Das packen wir hier hin. Und die drei Labels Lazuli packen wir da auch mal hin. Und jetzt funktioniert das Ganze. Jetzt können wir eigentlich schon unsere ersten Solarpanels bauen. Damit wir dieses Teil hier oben mit Solarstrom betreiben können. Wenn es draußen hell wäre. Ist es aber nicht. Ah, die. Ach doch, ich kann die stacken. Ich dachte schon, das geht nicht. Jetzt brauchen wir. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ganze Zeug ist. Da. Boah, zwei Glasblöcke. Hervorragend. So wenig brauche ich nicht. Ich brauche mehr. Da wird Eisen produziert. Da wird Kupfer produziert. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das da reingepackt habe. Aber hey. Ja, wir müssen also Sand sammeln. Hier waren zwar noch zwei Sandblöcke drin. Nur die reichen hinten und vorne nicht. Und wir müssen übrigens auch noch Kupferkabel machen. Und ihr seht ja, wie wir das machen müssen. Wir brauchen Kupferkabel, sage ich schon. Aluminiumkabel und haben oben war halt Wolle für. Aber die kriegen wir eigentlich recht schnell zusammen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich gehe mal eben kurz pennen, damit das Skelett da draußen verbrennt. Also fangen wir dieses Mal relativ mit Galactic Craft an. Finde ich auch gut, dass wir so langsam einen technischen Fortschritt machen. Ich meine, wir sind jetzt hier schon in Folge 16. Ja, 16. Folge 16 ist das ja jetzt schon. Hoah. Und dafür sind wir eigentlich schon relativ weit gekommen. Muss man ja schon mal sagen. Wir haben zwar am Anfang ein bisschen, ich sag mal ein bisschen uns Zeit gelassen. Aber mittlerweile machen wir hier ganz schön Druck und Dampf. Warum hat denn der jetzt schon wieder eine andere Mütze auf? Erst war es das norwegische Schaf. Dann war es irgendein anderes Schaf. Und jetzt hat es so eine Hexen, so ein Hexenhut auf. Sieht jedenfalls komisch aus. Naja. Was soll man auch anderes sagen dazu? So. Ja, wie ihr alle schon gemerkt habt, habe ich so ein bisschen mein Folgenkonzept geändert. Das heißt also, es kommt jetzt, wenn das alles so funktioniert. Also im Moment hat es immer funktioniert. Kommen jetzt immer alle zwei Tagen Minecraft Folgen. Ich habe da nämlich so einen gewissen, wie soll ich das sagen? Das mache ich aus Absicht so. Weil irgendwann wird es ja mal wieder so sein, dass ich ein zweites Let's Play laufen lasse. Und dann wird das immer so im Wechsel sein. Und weil ich auch nicht jeden Tag aufnehmen kann, so wie es mir lieb ist, oder auch mal, ich sage mal, hochladen kann, habe ich das jetzt so gemanagt, dass wir das wirklich jeden zweiten Tag eine Folge kommt. Und bis jetzt hat es immer geklappt. Aber jetzt, wo ich das gesagt habe, wird es wieder nicht klappen. War bis jetzt ja auch immer so. Weil es kamen nämlich auch so ein paar Fragen auf, ey, warum kommen denn keine Minecraft Folgen mehr? Da war dann halt diese kleine Pause dazwischen, die wir mal hatten. Und da hatte ich ja dann produziert gehabt. Und ja, dann kamen die Folgen halt noch nicht. Und da haben dann halt etliche nachgefragt, hey, Tarador, wo bleiben denn deine Minecraft Folgen? Und als es dann endlich so weit war, hey, du hast ja mal wieder Minecraft Folgen. Ich freue mich voll. Und ja, so hat sich das jetzt dann getan. So, ähm, ich möchte... Ach ja, wir hatten ja diese DNA auch noch. Oh Gott, wie ging denn das? Ich brauche eine Spritze, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube... Ne, warte mal, DNA. Ich glaube, ich brauchte da noch irgendwas. Oh je, jetzt, jetzt fängt es an hier. Ähm, Archäologie. Die... Ich glaube, ich brauchte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Weil wir müssen ja irgendwie erst einmal dieses Ei kriegen. Ich meine, wir haben ja jetzt hier die DNA. Aber wir müssen daraus... Ich glaube, ich brauchte den Worktable dafür. Ich bin mir nicht... Doch, den brauchte ich dafür. Den brauchte ich dafür. Aber wie kriege ich das? Oh, wie war denn das? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Oh, oh, oh. Blöd, wenn man so ein schlechtes Gedächtnis hat manchmal. Jedenfalls haben wir ja schon mal das erste Fossil. Ich werde das erst mal... Packen wir es hier rein. Vor allen Dingen, das ist ein Petrosaurus. Das dürfte einer sein, der fliegt. Das dürfte ein Flugsaurier sein. Also, wenn ich mich jetzt hier irre mit Dinosauriern, dann tut es mir leid. Ich bin leider nicht so in dem Thema drin, ne? Ach, Mist. Komm. Packen wir hier mal den restlichen Sand rein. Ich gehe mal kurz Sandfarm, bevor ich jetzt hier noch mehr Zeit vergeude. Ja, wie habt ihr denn die Feiertage so überstanden? Also, das war ja ganz schön... Huiuiui. Da war ja... Gerade warst du irgendwie... Arbeiten, mal so einen Tag oder so. Also, ich war... Einen Tag war ich arbeiten, den Rest war ich irgendwie in der Schule unterwegs. Und dann... Ja. Waren die Feiertage dazwischen. Die ganze Zeit. Also, das war echt entspannt, muss ich sagen. Könnte öfters mal so vorkommen. Mir fällt auch immer auf, dass diese Feiertage immer ganz blöde sind, ne? Anfang des Jahres hast du tausende. Wenn ich mal so maßlos übertreiben darf. Und dann am Ende des Jahres hast du eigentlich kaum noch welche. Und das zieht sich immer so durchs ganze Jahr. Und dann bist du dann wieder froh, wenn das neue Jahr beginnt und dann die ganzen Feiertage wieder aufs Neue kommen. Weil jetzt dürfte eigentlich... Bis auf das Tag der Deutschen Einheit noch kommt, ist alles durch. So, hart ist es. So klingt das auch. So. Ich möchte... ...den Sand jetzt hier noch einpacken. So, wir können unsere erste Solarzelle bauen. Ne, beziehungsweise unser erstes Solarpanel dürfte das sein. Genau. Zwei Stück. Ich brauche... So. Um da... Da muss ich dann erstmal noch ein Full Solarpanel machen. Dafür brauche ich halt sechs Stück. Und mit diesem Full Solarpanel kann ich dann weiterverarbeiten... Also das kann ich dann weiterverarbeiten. Ich weiß jetzt nicht... Wir können erstmal nur das hier oben bauen. Ich weiß nicht, ob man das dann noch im Nachhinein verbessern kann. Ich glaube nicht. Und wir müssen hier auch... Basic Wave. Nee, verwarte mal. Es wäre ja eigentlich besser, wenn wir ein Advanced-Gerät machen. Wie kriege ich denn das? Redstone Repeater. Da kommt dann ein so ein Ding raus. Komm, ich mache mal kurz wieder Solarzellen. Damit ich da nicht ständig draufdrücken muss. Und was ist das? Ingot-Kompressor. Ach du meine Güte. Wir müssen auch noch einen Kompressor machen. Das kriegen wir so hin. Aus zwei Ingots kriegen wir ein... Das hier ist ein Bug. Normalerweise müsste das hier unten drin sein. Dieser Jungle Zeppling. Der müsste wirklich hier unten drin sein. Oder die Kohle oder was auch immer da ist, verbrannt wird. Was? Zwei geht auch? Aha. Okay. Also ich wäre eigentlich schon mehr dafür, dass wir das verbesserte Ding machen. Wie kriegen wir denn das verbesserte Kabel eigentlich? Ach, ist doch eigentlich auch ganz easy. Okay, wir einigen uns darauf, dass wir das machen. Repeater. Jetzt muss ich mich mal kurz erinnern an dieses schöne Rezept. Das ist ja eins von den Standard-Minecraft-Geschichten. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch richtig im Kopf habe. Ich werde... Ich werde es einfach mal probieren. Ähm... So. Jetzt müssen wir mal kurz abwarten. Also Glas kriegen wir jetzt hier jede Menge. Das finde ich schon mal super. Ich glaube, wir können sogar schon das nächste Panel machen. Komm. Wir geben uns jetzt das einmal. Und bauen uns die nächsten zwei Panels. Ne, falsch. So. Okay, wir müssen auch noch mehr Aluminiumkabel machen. Dafür haben wir uns ja hier einen schönen Vorrat angeeignet. Das heißt also... 14 sind 12. Also... So. Und dann hier in der Mitte auch nochmal. Ach, was mache ich denn hier? Genau, ich packe einfach mal das Solarpanel da rein. Also dieses Solarwafer. Nicht Panel. So. Dann muss ich... Das... 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 Ach nee, eigentlich reicht das schon. Ich will erstmal ein Panel machen, um überhaupt zu wissen, wie viel Strom das Ganze uns überhaupt bringt. Apropos, wo machen wir denn das ganze Kram eigentlich hin? Ich meine, ich bin ja jetzt hier schon fleißig am... Ich sag mal in Anführungszeichen am Umwerkeln. Aber wo... Wo machen wir denn das hin? Machen wir das da drüben hin? Da so, wo diese frei... Also diese Fläche, die noch nicht frei ist, weil da noch ein Baum ist. Wollen wir das da hin machen? Ich wäre da schon fast für. Höh! Warum geht das denn nicht weg? Warte mal, geht das, wenn ich... Ja! Das stört ein bisschen, finde ich. Sieht nicht schön aus. Ja, ich würde das da hinten ja schon irgendwie hinbauen, dass ich da irgendwie... Mein... Mein Labor mache. Was ist das? Da hat schon wieder ein Schwein einen komischen Hut auf. Dieses Schwein ist weg, ne? Was diesen Männekicken auf dem Kopf hatte. Ja, das wäre eigentlich eine Idee. Dass wir da drüben was bauen. Die Frage ist natürlich immer noch im Nachhinein... Ach, hier! Wie hieß denn dieses eine Werkzeug? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Es gibt nämlich so ein nettes Werkzeug. Weil hier sind doch noch diese... Diese schönen anderen Cobblestone-Arten. Oder die Erde-Arten. Oder sogar hier die Sandstone-Arten. Oder Lapis-Lazuli-Arten. Und so weiter und so fort. Die können wir mit einem ganz speziellen Werkzeug machen. Ch-Chiesel. Warte mal, ich gebe mal Chiesel ein. Chiesel. Nein, falsch geschrieben. Chiesel. So, und jetzt muss hier irgendwo ein Werkzeug sein. Ich glaube, ganz hinten war es. Das da. Das müssen wir bauen, um diese ganzen Blöcke zu machen. Und ich wäre eigentlich dafür, dass wir uns dieses Werkzeug einmal craften. Das hat mir, ähm, Wetter-Tab-Plays ans Herz geniecht. Muss man ja einfach mal hier erwähnen. So, dann machen wir das doch einmal. Dieses nette Werkzeug. Und ich habe viel zu viel... Krams in meiner Tasche. Machen wir das mal so. Das Kupfer brauchen wir ja im Moment noch nicht. Silber brauchen wir auch nicht. Und wir haben so viel Eisen. Das machen wir mal so. Das packen wir auch ein bisschen anders hier hin. Im Prinzip... Warte mal. Ich kann doch eigentlich schon mal gucken. Das müsste eigentlich gehen. So. Jetzt haben wir das. Full Solar Panel. Ich wäre eigentlich dafür, wenn wir uns nochmal eine Kiste machen. Das heißt also... ...dass wir uns die hier erstmal hinpacken. Damit wir hier dieses ganze Kram reinpacken können. Was wir halt hier für Galactic Craft brauchen. Und dann müssen wir halt jetzt dann mal sehen. Am nächsten Morgen. Dass wir uns da vielleicht mal die Gegend angucken. Wie wir da vielleicht das Gebäude bauen können. Ich wäre nämlich so dafür, dass wir dann aufs Dach diese Solar Panels bauen. Mann, das hat ja richtig... Das... Oha. Jetzt bin ich in meinem Element hier. Oh. Da hinten läuft ein Zombie rum. Der hat mich auch gerade gesehen. Habt ihr das gemerkt? Und er verbrennt auf dem Weg hierher. Hoffentlich. Ich nehme mal mein Schwert zur Hand. Mal sehen, ob er es überhaupt schafft bis zu mir. Ja, hat er. Aber gerade so. Och. Wir haben einen Cop gekriegt. Das Lustige dabei ist, hier können wir uns auch aufsetzen. Wir können da jetzt Zombie rumlaufen. Nein, möchten wir aber nicht. So, dann machen wir das hier einmal dicht. Na, hab ich die nicht mehr? Ich hab keine Hacke mehr mit. Scheiße. Egal. Scheiß doch der Hund drauf.